Oh Mann ey. Oh, Experte und Master gegen uns. Bin ich mal gespannt. Ich bin grad nicht im Tor, bin rausgekommen, weil, ich geh jetzt nicht dazu, bei Ballspielen. Keiner mehr hat bei dir. Einer ist vorbei, der zweite kommt. Ich hatte null Boost. Ich hab immer noch null Boost. Lippa. Oh shit. Ach Gott, der Gegner kickt mich halt wirklich weg dort, in der Stelle. Lippa. Mh. Oh Mann. Ich hole ihn mir. Hat er schon abgewehrt, ich geh ins Tor. Der hat bloß hochgeschossen. Hab ich. Komm mit nach vorne. Neh mich. Ich fahre ein Stück zurück. Bin an der Mittellinie. Hab ich versucht, aber wieder zu weit hoch. Ah ja, schöner Ernst. Muss man sich natürlich angucken. Muss man sich angucken. Geht nicht anders. Kann man nicht weiter drücken. Bin an der Mittellinie. Hab ich. Oh, den hab ich nicht. Wer hinter dir? Hol ich mir. LOL. Wie hat er denn denn abgewehrt? Alter, ich raff sowas nicht. Er kommt gerade auf dem Boden auf und er haut ihn trotzdem in unsere Richtung, wo ich dagegen trete. Ja. Sie quetschen ihn halt nur in die Wände rein. Ah. Ja. War mal, hat er jetzt zwei Torschlüsse bekommen? Ach, für den Schuss an den Forsten hat er ihn, glaube ich, noch bekommen. Ne, der Schuss an dich. Ne, der Schuss an Forsten und der Schuss an mich waren beides Torschlüsse. Weil er halt doppelt Torschlüsse hatte. Den Weg hab ich mich gerade gewundert. Sehr schön. Ja, ich bin im Tor. Hast du, fuck? Den hab ich nicht. Da war ich nicht drauf vorbereitet, den zu holen. Sorry, sorry, ja, ja. Ist schon klar. Äh, den hab ich auch nicht. Aber den hast du zum Glück. Er prediktet ihn halt wirklich, man. Bist du jetzt vorne? Nein, 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 ich geh hinten. Ich bin hinten hin. Okay, weil ich nicht gerade fahren hab. Fahren gehört. Geh ich nach oben. Neh mich, neh mich, neh mich. Wollt. Wollt eigentlich noch wegfahren, aber. Hat wohl nicht so viel gebracht. Sorry. Das ist genau in den Weg gefahren, Leute. Neh mich. Ja, den krieg ich nicht. Den kriegst du aber auch nicht. Ich bin defensiv. Geht doch. Geht doch. Ich bin wieder durch. Schief, Alter. Durchgepflügt hab ich den. Äh, ja, ja. Ah, der ist ja mega scheiße. Ach Gott, er spielt ihn so langsam. Ich bin im Tor. Hast du den Weg nicht verfehlt? Äh, ich bin eher so auf Nummer sicher gegangen, dass er ihn nicht nochmal irgendwie dotzt. Und ihn dann ins Tor rein lupft. Aber, ja, ich hab ihn nicht getroffen. Falls du das wissen wolltest. Also, ich bin hin. Ja. Hinten. Kommt keiner. Jetzt. Kommt einer. Ne. Nicht. Sehr schön. Ich bin an der Mittellinie. Komm ich nicht rechtzeitig hin. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten immer noch. Ob da. Erstmal. Ich komme. Ich bin hinten. Ach Gott. Ich bin hinten. Habe ich ne Ping oder was? Ich bin... Sorry. Ich dachte, du fährst eher raus. Der ist nicht gut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich... Ich dachte, du fährst eher raus und dann habe ich dich halt so behindert. Beim zweiten jetzt hier nicht. Der erste war nicht so schlimm. Nee, der wird schon dauernd. Aha. Ach, schon wieder? Wollt ihr uns verarschen? Das ist doch logisch, dass man gegen die verliert. Das ist ja noch schlimmer als das davor. Was? Ja.